na oh come on der will macht so viel spaß macht wirklich allgemein die letzten streams haben mir sehr viel spaß gemacht das bummelow na was geht danke für dein geld und jetzt guck ich mal ganz kurz nie da blitz und auch wenn schlag wird bei einem tutor beigebracht aber tutor war noch nicht in dieser edition oder glaube ich ja 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 Oh nein, nico nie. Oh nein, nico nie. Ob Höhen oder so, so gut zum Leveln sind. Irgendwie bringt mich das aus dem Flow raus. Und aus dem Flow raus kommen wir es gar nicht so gut. Deswegen. Ich überspringe die Hele. Ja, ich kämpfe auch wieder gegen euch. Kein Problem. Ja, gut. Level 40. Ich weiß nicht. Aber jetzt wird Nikomi auch noch vergiftet. Das ist ein Malzzy, das ist ein Malzzy. ja gut das ist echt praktisch ja ich liebe es wirklich euer geld zu kastieren meine pokémon bei euch zu kabel das ist echt gut ich würde aktuell auch echt gerne noch andere spiele spielen aber mein controller ist kaputt wir hatten wackelkontakt im kabel und ja nicht ständiger ausloggen umloggen das ist einfach wenn du in voller fahrt in ets 2 bis zum beispiel ist das echt tödlich teilweise deswegen kannst du aktuell nichts machen aber nächsten monat hol ich mir einen neuen controller und dann lübt das auch wieder also habt geduld ich werde auch wieder andere sachen streamen als nur pokémon aber aktuell geht es nicht anders wobei ich könnte mal ausprobieren ja vielleicht mache ich später noch ein stream oder morgen wo ich was anderes als pokémon probiere mit plastatur vielleicht kann ich demnächst auch mal wieder ein rötchen zum airport streamen oder so quasi einfach um nicht nur pokémon zu streamen das war jetzt ja egal egal das war ein fail von mir aus meine biete was könnte ich ein streamen two point hospital zum airport wir könnten erstmal two point hospital streamen ich glaube das wäre ganz witzig dann habe ich noch einige lego spiele die ich streamen könnte muss ich halt mal gucken wie gut das alles mit tastatur funktioniert außer jetzt im airport two point hospital und so weiter ich glaube heute abends über eine runde two point hospital und so weiter ich glaube heute abends über eine runde two point hospital und so weiter ja 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 er ist jetzt jetzt hat es schon aber ich muss jetzt gleich mal ganz kurz afk alle mich gut dann wie es jetzt kurz auf das gleis ja 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 na ja 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 ab ab ja 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 Oh Oh Ups. 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 Oh, danke. Ich tue heute Hospitil drauf. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Ja. Go. Oh. Also sollte es jetzt gleich anfangen zu ruckeln, dann tut es mir leid. Ich bin gerade am Downloaden. Geht sofort weiter. Was kann ich denn dafür mal runter schmeißen? Hm. Wie wäre es mit? Eigentlich gar nichts. Das ist vielleicht was von Uplay. Egal. Ich mache es später. So. 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 So.